Ja, was wollen wir oder wie? Ich bin schon bester Dinge, ne? Du bist ja, musst du ja auch sein. Ja, bin gleich dran. So, ein herzliches Willkommen auf dem Taubertal Festival 2013 und wie anders sollte man es eröffnen mit dem Eröffner als mit dem Eröffner. Und der Eröffner ist Bembers und das Schöne ist, dass ich jetzt auch den Dialekt kurz wechseln darf und so schön fringisch werden darf. Also, schön, dass du ein wenig Zeit hast noch, bevor du jetzt klar auf die Biene musst. Hast du jetzt Bock drauf, oder was? Du hast mich genötigt. Ich was? Ich stehe nicht freiwillig mit dir da. Nein, das ist gezwungenermaßen. Wenn du einmal so populär bist wie ich, dann musst du so einen Scheißdreck machen. Aber naja, ist ja wasch, ne? Also, du alter Motherfucker, habe ich gehört, du hast Schanzenbräume dabei, dir geht es eigentlich so weit ganz gut und du kommst gerade von einem Festival, wo du dich schon ein bisschen warm gemacht hast. Genau, das Wacken, ja. Und wie ist Wacken jetzt? Das Wacken ist immer noch spürbar. Es ist ein paar noch her, aber immer noch spürbar. Sitzt der Schmerz da genauso tief wie Sandhausen, oder wie ist das? Der sitzt ein wenig tiefer, weil Sandhausen, da denkst du, da kann ich nichts dafür, bloß Wacken, die Sauverein, da bin ich selber schuld. Wie gehen wir heute rein ins Daubertal mit dir? Hervorragend, denk ich mal. Wir machen ein wenig Rock'n'Rolle und ich mach ein wenig Comedy und ich denk, das passt halt. Es ist nicht ganz so heiß, also für die, die jetzt aus Norddeutschland zuschauen, nicht ganz so heiß. Es ist heute nicht ganz so heiß. Es tröpfelt ein wenig. Ja, nein, es ist schön einfach. Und ich freu mich wie eine Sau. Super. Und wir freuen uns, wann du da bist halt. Und dann würde ich sagen, so als letzten wunderbaren Gruß, könntest du mal in die Kamera rein, das Festival offiziell jetzt schon für uns, für den Taubertal-Blog eröffnen. Jetzt auch auf geht's. Also Leute, es geht quasi jetzt los. Taubertal-Festival 2013 ist quasi hier mit eröffnet. Muss man da jetzt noch was sagen? Nein, das passt. Also, gebt Gas, friedlich, alles cool, genießt es, die schönen Tage und wenn es mal regnet, dann regnet es halt. Ich meine, das ist bloß Wasser. Altöl wäre schlimmer. Festens, oder? Sind wir noch drauf? Axel, du bist ja so ein Freak. Unfassbar. Also der Taubertal-Blog ist nach wie vor drauf. Ich wechsle wieder in leichtes Hochdeutsch. Das war der Bembers, auf den ich mich selber wahnsinnig freu, weil das ist halt der Nammweilicher Urgestein. Und ich bin halt der Arwänger, Nammweilicher. Und es wird umso schöner, wenn er Schanzenbräu davor genießen kann. Und davon hat er reichlich mitgebracht. Wir hätten ihm ja, oder wir haben ihm extra Bier mitgebracht. Jetzt braucht er es nicht einmal. Das Schöne ist aber, er bleibt er auch noch ein paar Tage länger. Und dann wird er wahrscheinlich auf unsere Reserven zurückgreifen müssen, weil er hat bis dahin ja längst alles. Ihr wisst schon. Seid so hässlich, ihr Arschlöcke. Geht weiter, ey. Das ist so ekelhaft. Martin! 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 Martin!